KSM, Klimaservice Möcker, Ihr Partner für Kälte- und Klimatechnik. Wir bieten die passende Klimaanlage für Ihre Bedürfnisse. Als zertifiziertes Unternehmen vertreiben wir hochwertige, mit modernster Technik ausgestattete Klimaanlagen für unterschiedlichste Ansprüche. Wir vereinbaren mit Ihnen einen Besichtigungstermin und beraten Sie umfassend. Gemeinsam mit Ihnen finden wir das passende Gerät. Das gewünschte Produkt liefern wir Ihnen zuverlässig. Gerne übernehmen wir die fachgerechte Installation sowie die jährliche Wartung und Reparaturen. Sprechen Sie uns an und erfahren Sie mehr über unser Leistungsangebot. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.